ja guck mal was mit dem auf sich hat hast du ein trank oder so eingesetzt ja aber viel schaden ja ich glaube den sollten wir auch der war irgendwie auf die liste die ich gefunden habe irgendwie vor die eisbestiegelist sind dafür dinger die am fliegen sind die blut von mir regnen oder so kugeln ja die meine ich ja dann geht der in phase 2 so ein wind war das schmeißt sich von der plattform er kann nirgendwo mehr rumlaufen weil nicht von den fliegenden roten kugeln darin getroffen dass das verbund war ich doch bin haben war wenn danach nichts mehr kommt vermachte axt bei mir ja okay da war relativ schön aber es droppt er hat mal das schlechter sorry hatte ich doch mal glaube ich bin ich die kosmetisches fallen lassen für mich wäre ja dem der uhr an ich glaube den kann man gut farben er ist nicht so ich überlege aber wenn ich die axt hochlevel ich glaube damit die stärker und zwar ich jetzt habe was habe ich gerade da das hat überhaupt zwei händlich nein die gestalt okay weil sie sagt diese angsteinflößen axt die schon mal hatte ja die brust ist neu die kenne ich noch gar nicht aber die bringt mir überhaupt nichts ich habe hier ein einzigartiges ding so eine brust gekriegt okay noch mal noch mal also ja ja wir haben wir noch genug gerne da fahren wir ein paar sachen für den zucker man ja klar haben wir noch mehr als genug ja für den einen habe ich nicht hier für den rüstungstypen für den habe ich auch nicht dass du das gemarkt werde ich habe nichts mehr für den jedenfalls nicht genug ich hoffe ich überlebt denn ohne ohne dinge zähler und kräuter ja ich meine alle ja dann schon mal so ein bisschen hin und her haben wir uns hier ein paar sachen zu fahren ja ich glaube ich gerne ich hatte die schon mal ich glaube ich habe die exklusiv von dem ist bevor ich jetzt die abgabe ich mal vielleicht kriege ich irgendwie noch eine mit bis zum bergen irgendwie so weit kann ja ich bin noch neun mal kümmer ich habe noch neun köpfe von dem typen ja kein wunder war ich die die letzte zeit ausgaben er ist ja noch mehr glaube ich die tour schon offen weil ich die öffnen haben also du bist schon da war ja ich habe 14 11 14 24 ich habe 9 18 14 21 ich weiß nicht warum du so viel hast ja keine ahnung ich bin halt ein fleißiges bündchen ja nackte wert den fleißiges bündchen da hat zu früh ja schon zu früh gestochen ja immer mehr schaden haha wir haben nicht raus ich stehe einfach in meiner barriere ich kann jetzt einsetzen bei der wm nein ich komme ich kann meine ultimate nicht weiter einsetzen weil nämlich in so einem blöden nebel ja eingefangen also drei jahren geführt mit meiner ultimate machen hätte einfach abgeworfen gelb uns deinen lot dann geht es uns gut ja also auf 20 level unter uns jetzt aber jetzt haben wir sie neu aus von dem einen boss war eine ganze gruppe versammelt man braucht mir eine ganze gruppe hunderttausend schritt die letzten chance automatisch aufstampfen und heute blablabla ich bin die mal markieren ok ich habe wieder schuhe bekommen da wurde man gedroppt und habe ich gehört so war der zu spitterter gipfel oder weg da ist ein bisschen doof halt ne ja wieder zunehmende man war so ein ganz sympathischer so hin und her switchen zwischen den bossen hier war das verdunkelte fahrrad war eigentlich zu fuß gehen nicht soweit haben wir dafür überhaupt klamotten ich schon und du hattest letztes mal auch noch genug um herzustellen naja sagt er war nein dieser doch noch ein bisschen ein bisschen heraus wollen und ein paar pflanzen ja auf sammeln auf dem weg ich gehe schon mal falsch weißbären weißbären ich weiß nicht mehr was du für ein krautnummer brauchst ja ich bin wieder hier ja wie geht sie stets ich muss warten nein nein andere spieler eingekommen war hier blizzard hier schnee anfallen wirst du denn ich bin ja gerade bei dem ich bin ja wieder bei dem bei dem fürsten der ja ja ich bin ja fast da ich habe noch ein paar gegner auf dem weg mitgenommen ich bin da ich stehe am ding ha 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 war einer boom beschwören was sagen wir beide gleichzeitig machen müssen wir gegen zwei kämpfen ja ich glaube einige bosse sind auch erst eine saison oder irgendwie zum ersten mal aufgetaucht ich glaube einige wurden erst immer so per saison oder so freigeschaltet irgendwie sowas habe ich gelesen wenn man ja jetzt noch scharf kaputt ich würde schon sagen würde der live gespawnte also du hast keine beine keine beine bedeuten naja da kommen wir da und irgendwelche zu spiel da kommt ja und jetzt hier oder so raus glaube ich ich muss machen also weg vermacht schwert so rammelt es opus matlum jetzt muss man mehr schab ich halte dornen das ist der dornen brustschutz okay ich habe so gefühl wenn ich die waffen hier hochlevel am ende stärker sein als wollte ich jetzt habe schon mit beidhändigen waffen ist das sind als die einen in meine einen waffen haben als diese sachen die ich alle brauche hier so gegen explodieren wenn du die rahmens und so ich weiß nicht wie ich mich darüber fühle so du fühlst dich sehr glücklich das schafft ihr ganz viele glücksgefühle das ist besser als der jetzige dornen panzer den ich hab ja ist aber nur um zehn punkte also allein schon hoch gelevelt ich habe alles maximiert und er ist jetzt schon besser als ein maximierter naja also wenn ich den hoch bessere ist der wird der besser sein aber hier haben wir meinen donkanzer basis also ohne verbesserung hat denn 880 der ist die basis 890 naja steht ja genau er steht ja dein basis und da steht wie viel der hat nachdem du den verbessert hast der plus der da kriegt auch verbessern würde ist der besser denn ich jetzt neu gekriegt hat nur 20 plus 25 ja ja das stoppt auf die geringe ich sammle die erstmal an ganzen einzigartigen sachen jetzt wenn ich ihn doppelt bekommen und also dann komme ich mal so ist der hier am besten oder der hier durch den auserwählten ja level der es verdient hat ich habe da wieder herausgefunden hier mit dem mit dem ring der leiten ja da habe ich durch die englische übersetzung der deutschen steht da der aktiviert für leichten aktivierte die fähigkeiten auf die leichten also macht ein bisschen mehr sein also der braucht die leichen um die fähigkeiten zu aktivieren weil er die auf die korps ist aktiviert also er tut eigentlich nur automatisch für dich benutzen ohne hat muss ich das nicht für mich ein bisschen wie zielt er dann zum beispiel wenn er jetzt die zentakeln einsetzt welche leiche nimmt er dann wird ja immer noch eine leiche ausgewählt und sagt er werden ja nicht auf alle leichen angewendet aber da muss ja keine ressourcen mehr verbrauchen nämlich an doch immer noch der aktiviert ja die fähigkeiten für mich ich habe nicht mehr machen muss praktisch weil alle paar sekunden tut er die fähigkeiten dann von alleine aktivieren und zwar alles was ich merke mich wieder alle drei zur selben zeit weil ich ein bisschen komisch finde da war aber nicht der ring der irgendeine anderen im kommentar geschrieben hat der so gut sein soll oder nicht der ring nicht der ring da ja wir machen jetzt ich habe aber nur acht mann ich hab dir jetzt schon sagt der millionär zu dem bettler ich hab dir letzten schon im letzten schon zehn euro ausgegeben kannst du mal ich habe nur noch eine million auf gekauft ich muss dich doch angreifen können man mir hat er noch dicke schaden gemacht irgendwie vor einer kurzen zeit also kurze zeit ein paar monaten wochen vielleicht haben wir einfach nur das richtige bild zufällig aber aber man weiß es nicht man weiß es nicht h nein aber ein bisschen mehr einzigartige klamotten jetzt seit letztem war wenn nämlich war noch alle voll hochgeballert haben ich auf den los will er hinrahmen der sache tot ein schleim glitschig sei ich werde doria so ein schuh der reue das sind diese frost schuhe gegenstands macht 850 nur so oder einzigartige schwerte hat genau gleiche gegenstands macht 917 der man danach sollte man sich so irgendwie leiten hier so bevor man die hoch beladen sollte man nach den werten hat für werte die einen geben ja fix ja bei einzigartigen gleichen glaube ich ja ich glaube da sind immer so ein paar unterschiede ich meine da war irgendwie soweit letztens ich bemerkt hatte so zurück zu dem anderen wir jetzt ein ganzer part da kann man ja wieder ein paar albtraum deutsches machen oder so nachdem erfolgs nachdem erfolge stack denn ich gehe schon wieder den falschen weg ich gehe mal diesen einweg da dieser keks wird kein weicher sein solange du weil solange durch dafür entscheidest und hat nicht bereits am ende oder irgendwie so hat mal sehen mal sehen kann ich mal ganz schnell schief gehen wenn ich mich für so weit entscheiden so gucken hat auch einen mit dem laufwerk erwischt glaub ja ja wie mit der xbox ja die mitten laufwerk gekostet dann weil nicht ein paar euro mehr ja ist mir schon klar dass ich wundern wenn die merke weniger kosten würde fragt eben vorher nach so kann man da cds reinpacken eine compact disc da kann sich sein als da reinstecken wollte da liegt was einzigartiges oder usb ist okay einfach mal so ein neunzigartiger helm wenn er in dem berserker modus gelang obwohl ihr bereits im berserker modus seid habt ihr eine chance 58 prozent noch wütender zu werden wenn du dich immer weiter wie wir haben keine ich kann meine stirn nicht sehen ja ich bin so wütend ich könnte wütend werden der gegen die gegenstands macht es ein bisschen gering also ist irgendwie weil ich jetzt irgendwann mit 900 irgendwie 860 irgendwie so stück aber ich hätte dadurch machen sein ja 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 ich habe keine mehr ja 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 kolleger nicht dass man im bett ist von zwei die kai befehligen kann ich habe einige von den kai soldaten hatte befehlen dass sie dir folgen sollen ja ich wusste dass das im ersten teil geht im ersten teil dann auch ja da muss irgendwie angucken glaube ich und dann ich habe mal so eine demo vom battle von 1 gehabt da kommt irgendwie auf endo irgendwie spielen da war irgendwie so eine cd die in so eine zeitschrift oder dabei war der mal so vielleicht schon zwei demos und so was alles drauf und der geile daran war ist da bald noch so eine art beta version glaube ich und ich glaube die sniper oder die aufklärung struppler der rebellen die konnten sich als sturmtruppler taten wir haben irgendwie so eine fähigkeit gab da ist ja ein wortwörtlich ausgesehen wie so ein normaler sturmtruppler und ich habe da mit einem kollegen gespielt und was wir immer gemacht haben ist einer von uns hat sich als sturmtruppler verkleidet und der andere hat der andere hat irgendwie hier so eine gruppe sturmtruppler irgendwie gesucht und den befehle gegeben und wir haben halt dann auch so getan als hätten würden wir die befehle irgendwie so ausführen wir müssen also sagen auswählen so war wer von der 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 imposter haben soll er nicht mehr die fähigkeit gab aber lustig die so als sturmtruppler zu verkleid haben sie irgendwann ausgabt sind ja zwei neue die gab es ja nur exklusiv ich stehe wird schon wieder vermacht sind schon wieder die 100.000 schritte ich glaube ja ne weinschuhe der reihe schon wieder mein schulter nur ein bisschen stärker als die anderen wir sind die sortiert hinterlasst eine spurs frost die gegnern unterkühlt ich merke hat meine die schule ich gerade habe sind ehrlich gesagt nicht so gut wenn man mit kontrollverlust wenn gegner die mit kontrollverlusten belegt ist auf einem weiteren gegner überspringen also ich kann kontrollverluste auf andere gegner überspringen lassen also nicht nur die werte sind halt gut plus 22 auf alle werte hat meinen haben meine stiefel hast du wahrscheinlich weil ich wegen meiner tentakel hat das jetzt nicht mal sehen diese hat meine frost spur ja bei dir bringt das halt nichts weil wir die ganze zeit weg von gegnern bist aber ich bin einmal mitten in deren gesicht rein also ich mag gucken bewegungsgeschwindigkeit kontrollverlust dauer widerstand gegen kälte der widerstand gegen kälte brauche ich nicht mehr ob schon genug widerstand aber ein einzigartigen schild gekriegt das auch nicht schlechte neu ist sie aus ich bin jetzt ja keine schilder ich will die einzigartigen sachen erstmal ansammeln dann mal es verballert haben dann suche ich mir den auserwählten aus du bist noch schwerer geworden wäre es noch schwerer geworden ist noch schwerer geworden ja nicht weil ich bin einige nicht so gut weil das spiel so wird sondern das einfach ist irgendwie so gameplay ansehen ich höre dich immer nur darüber reden aber ich habe noch nichts irgendwie so gameplay mäßig davon gesehen warum ist diese rüstung besser als was ich hier habe ist ein einziges wasser kann ganz ehrlich auch habe ich meinen das ist jetzt nicht besonders kompliziertes gameplay läuft du schießt und versuchst übernehmen dann jetzt nach space wird namen und dann dann war es dann bezeichnet die spieler als space wird namen oder die hölle los ist gerade die schwierigkeit gerade bestimmt wenn er bevor der auf dem planeten die ist gewillt von jetzt mal die gegner sind nicht langsame riesige kleine gegner sind mit glaube ich sehr viel schwieriger ich diese minus rüstung dem player erinnert das schon ein bisschen an koop machen kämpfer mindestens vier spielern gab ein bisschen problem dann versuchen die gerade zu lösen weil er gibt ja gewisse du kannst ja jedes mal wer ja auflevelt kriegst du neue waffen oder neue erstrucks die gefördert und damit kannst du dir ein bild machen sagen die spieler einige spieler die fangen an leute zu kicken die kein meter bild haben er sind das ist praktisch die metabild die mainstream bild die am besten die 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 besten sind wie die die nicht haben werden meistens gekickt wenn du da geht ja so ungefähr und das finden die macher von dem spiel nicht gut die überlegen die haben die community die dagegen macht das ist auch nicht schlecht mal jemand der die kunden nach der die community fragt wird er noch nicht einfacher sind einfach ist das nicht zu lösen das problem lösen die scheinen lustig drauf zu sein die macher weil ich bin noch nicht da ist anscheinend eine neue art von gegner hinzugefügt worden aber die macher verneinen dass der insekten können jetzt anscheinend fliegen einige von denen die können jetzt fliegen sie fliegen jetzt ja genau so ungefähr und die aber haben in seinem post gesagt das ist propaganda denn die nicht wahr ist warum existiert nicht dafür will aber so weiter also versucht auf einigen planeten versucht jetzt nicht nur die gegnerlich zu töten sondern das gebiet selbst versuchte ich auch zu töten gibt es vulkanausbrüche oder meteoriten schauer generiert als das weiß ich leider auch nicht ich bin bei den leuten nicht langweilig weil du im prinzip machst du eigentlich immer wieder dazu verschiedene objektiv erfüllen und dann versuchte am ende solange ich hab zu holen eine schwierigkeit hat man hat gut umgesetzt wird dann kannst du mal wer schwer das genau wie bei der verdämpfte spiel spielen heute leute immer noch wie verrückt sehr viele fragen sich auch warum finde ich dieses spiel so geil und es ist einfach die antwort ist es ist einfach epische total over the top action film ich bin ja ja ich habe immer so eine das ist einfach nur ein gesichtsloser typ für den sich keiner interessiert wenn das stört aber stehe die insekten töten und demokratie schreien ja ich mache join us for great cars so typische propagande ein bisschen wie fallout ja also im moment wird zu viele spiele in der kamer die abwechseln ich bin noch nicht er war ja nicht gleich bei der seite zeiten zeigt es war ein dämon ich habe einen trank des dämonen schlachten sagte wir tränke loswerden was sagt er nach und durch da hast du ein nein wo springst du ja nicht halten also so eine art gg version von nice irgendwie so ich finde die deutsche version besser die stämme wie viel dramatischer klark ja ja wie viel dramatischer wenn man ihn auch irgendwie viel schneller töten ja zwei jahren schwer da kriegen wir jetzt immer ich wollte sagen ich glaube ich habe ich nicht einzigartiges gekriegt popol der felder schon wieder das habe ich schon zwei punkte weniger gegenstands macht aber der ist voll hochgelevelt also deswegen minus davon hat aber aber da schwäche auch ja schaden über zeit blutspieße zurück zu dem anderen wir müssen mal herausfinden was er mit dem einzigartigen dingern jetzt hier mit dem wo irgendwie so punkte geben kriegen wenn man irgendwie einzigartige sachen auseinandernehmen ich weiß das nicht ich habe ich habe keine ahnung ganz ehrlich dachte das ist wenn man weiß ich hatte die sachen zu legen dann kriegen wir so weit und dann können wir es die wohl lange nicht statt das bei dem bei dem tank hersteller ist ist jetzt ja keiner oder doch das noch ein ich muss warten ich sammle dir jetzt ja ich bin jetzt nicht aber du gerade bist ich bin also nicht warum nur die ganze zeit nach kürzer zurück ist dann kann ich ja ich drücke einfach nur zurück ja dann bin ich nicht in knurk aber ist er denn aus wie nekromant was jetzt mal guck hat das ist was du da bekommen hat dieses jahre oder irgendwie soll er doch irgendwie so ein design gerade bekommen oder so hast du gesagt ja da kann ich auf den kopf ziehen auf 10 wieder nicht gut aus ich habe ja nicht geguckt ich habe jetzt den helm auch wir haben wir haben transportation funken prächtiger funke es gibt nicht genug materie haben wir das ist ein komischer glitsch gerade menü glitsch keine fähigkeiten sagen die werden die kriegs anhalten nämlich an die herrscht jetzt irgendwelche zufälligen prächtiger funk ich gehe da mal googeln ja mit weiter herausfinden da musst du einzigartige gegenstände zerlegen prächtiger funk bekommen prächtige funken bekommt ihr in season 3 von diablo 4 nur wenn ihr eure über unix beim schmied zu schrott verarbeitet bekommt ihr dafür ein prächtiges funken pro item über unix sind mit mächtigen funken über unix diablo 4 über unix farben unix und über unix unix target farming endgame boss da sind die sachen die wir gerade am farm sind ne 100 schritte 100.000 schritte ja man sind über unix kollegen allgemeine unix über unix über unix kannst du nur bei dem endgapen boss duriel gezielt farben alles klar alles klar deshalb sind alle so scharf auf denen ja du hast ja herausgefunden da naja naja ein geheimnis gelüftet dann können wir den irgendwann mal versuchen ich weiß gar nicht was für ein level der hat oder so wenn überhaupt die auswahl an können weil sie nicht wollen wir diese eier diese glitschigen eier glaube ich das wissen wir doch nicht ich muss warten die heiß beste schaffen wir doch auch jetzt ja weil ich gerade mit leicht dann nehmen wir bis zu level 100 erst mal so viele gegner auf einem platz da musste ich halt bock auf kill also lass mich ich gehe schon wieder falsch ich habe gehört bei marvel haben sie einige filme jetzt eher zugemacht ja ja weil die gesagt haben so wir wollen keine wir haben alle wog für den kennst du jetzt noch wog ihre filme machen 75 er was im weg aber das putzig der hat ja alles so gesammelt so wie er war nicht so angesammelt ich gehe einfach rein stürmen die alle kaputt mit ein schlag das ist der unterschied zwischen unserem level kollege der die alle so angesammelt irgendwie sowieso okay jetzt mache ich den angehen den an gesorgt jetzt schlichtig schlechter gewinner ist da komme ich einfach so durch so aus dem weg da kommen wir haben lange gegrindet für level 95 ich muss mich schon ja lass mich hier face hier auf meiner lorbeer ein bisschen ausrufen diese fertigkeit ist noch nicht bereit ich bin mal noch 28 so er passt mich nicht an da sind vielleicht spieler gewesen die haben nicht angesprochen maximus sagt hallo maximales hallo ja du hast einfach holten typ man mal sagen erzählst du den vampiren und der ist ohr alt ich möchte nur über ein bisschen leveln hier durch auf jeden fall wenn ich auf wagens mutter und wieder macht er ja schon ein bisschen schaden wenn er ein trifft mit diesen klingen hier und ich meine meine barriere gar nicht aktiviert habe den meisten gott der reichweite von dem wird er machen ja normal müsste man diesen ring nochmal mit den doppel einsetzen eigentlich hier der meine drei verschiedenen pflichtkeiten da da frage ich mich irgendwas da steht irgendwann von alle zwei sekunden aber meine zentakeln die haben wir irgendwie in der frühzeit von also ich bin auch nicht da ist ein bisschen fragwürdig ne ja ich muss die fähigkeit ja ausgerüstet haben dann ich bin mal gespannt wie er dann alle zwei sekunden machen will sind die kunden kurda und zeit hat sich eine blutgeschöpfe die wir darum schiebt die tun einfach runter machen nicht mehr nicht mehr nein man muss es ist es ist es ist es ist oder so weg vermachte handschuhe das war nicht eine greife die habe ich schon gerade in diesem moment ausgerüstet zurück zum baum der bildschirm weil er glaube ich gerade wenn wir jetzt leichter weitergräuen natürlich da jetzt aber nicht noch mal aufnehmen ich habe jetzt hier ein paar wo wir jetzt hier zwischen neben beiden bossen die ganze zeit gewechselt haben also wenn wir die noch ein bisschen weitergräuen natürlich das jetzt nicht noch mal aufnehmen auf screen oder soll möchte jetzt die zwei patienten aneinander hochladen wo wir jetzt jetzt genau gleich gemacht was ist das leben das leben ist auch nur ein wieder sich immer wieder immer wieder wiederholen die sache wir stehen auf wir essen wir schlafen wir stehen auf wir essen wir schlafen eine krone kronen ähnliches gegen die an dem der das ist nicht schlecht aber das sieht nicht aus wie den untoten helmen der situation außer zweck irgendwie so ein einhaus ich wollte mein amulett ein einzigartiges doch sie auch kann man amuletts gegenstands macht 873 begann ins mit 916 gefunden plus 6,4 intelligenz also amulett wenig schlecht da kommt so ich bin da und ich halte meine köpfe breit alles klar und ich halte mich nicht so ein bisschen auflaufen das geht los nein im schild Ich springe immer daneben Ich drehe mich und 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 ich drehe mich Das hat er schon wieder aktiviert weißt du eigentlich was baby inc ist Ich meine die ganze zeit wie noch nie von gehört Ich weiß nicht warum die dachte wenn eine gute idee irgendwie sich über jemanden lustig zu machen ein paar tage nachdem er gestorben ist egal um welche person ist ich gar nicht hätte Wir haben Ja ja habe ich gehört dass ich so viele leute versammelt haben Ja ja erstmal diese videos gesehen hier von Wo leute sich die letzte folge von dragonball super angeguckt haben in brasilien oder so Da war ihr meistert weiter wie ihn Wenn die bm über so am laufen ist dann tun wir immer so leutigen zum bildschirm ausstehen dann tun sich da alle leute fassen wir gucken wie so die bm spiele und so ne Der gleiche haben sie gemacht wird mit mit den letzten folgen von dragon ball die leute sind durchgedreht Und andere youtuber die jetzt anfangen wollen Hier ist auch youtuber die Reactions machen zu dragon ball die der real Ja ja Wir haben die vorher noch nie gesehen Boah Ja Ja die originale ne Ja klar Ja klar Das ist so komisch ne amerikaner sind irgendwie gar nicht mit dem normalen dragon ball aufgewachsen ne da kam ja als dragon ball set Ja Ja Das ist so komisch irgendwie Ja 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 Da Ja 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 letzte woche schon hat er die runde gemacht aber hatte ich das vergessen das ist ein bier aus chile wir haben nämlich was interessantes gemacht die in chile damals 2003 oder so kann star wars die originale trilogie ja die haben was interessantes gemacht hat heute keiner mehr macht die haben wenn da werbung war haben keine werbung unterbrechung gemacht haben die werbung in den film reingeschnitten da ist zum beispiel die eine szene da ist obi waren der gibt luke das lichtschirm von seinem vater also am anfang des films naja so bild im bild meint so ist die szene ein bisschen verändert und der kraft den kühlkasten hat dann bier in der hand und dann hörst du zivester kristall ok mehrere versionen von der imperator in apple das ist auch richtig schlecht rein geschnitten hat ist einfach nur so ein typ in der schwarze der arme ist einfach nur so ein ganz weiß die kreidebleiche arm tut er mit der macht hat bier an sich ziehen das ist ziemlich animiert der tut wir haben dann einfach so gemacht da hat jemand hat bier fallen lassen dann tun die da drückt wird dazu aus der spiel in seiner hand bringen wenn man muss ja mal schicken dann sagt mir gar nicht da gibt es ganz viele in den film reingeschnitten was ein bisschen blöd ist damit sind einige szene verloren gegangen jetzt zivilisierte waffe aus eines zivilisierten ära die er immer weiß ich würde während er währenddessen er hatte ja ein ein kaltes könig pilg getrunken werde seine kamera kugeln gesungen noch einmal schaffen wir noch eine minute noch ich war schon mal ja es kaputt auch die ganzen menschen sagen irgendwie gesagt das ist was von dir mal zeigen irgendwie das geht dafür dass du ich habe 28 ich habe 28 meine probleme es ist nichts für dich gerne könnte ruhig liegen lassen eine opfer vergabe von dem typen oder was ja auch vergaben ich bin auch nicht und wir mal senden diese mime habe ich noch nie vor niemand von gehört ja das letzte woche die runde internet gemacht weiß nicht warum das jetzt erst das licht haben weil das in 2003 habe ich mir letztens so angeschaut habe sind irgendwie das aber auch schon der ältere neben gleich sind so so kartons aber die sind irgendwie so richtig flüssig gezeichnet irgendwie das ist auch schon ein bisschen älter glaube ich da gibt immer weg kommen wir her so schwein ja flatter flatter wirbel wirbel okay mein schutz vermacht sind so kartons also eine meme irgendwie verwegenheit schicke ich mir gleich mal ab das sind so weil sie ist irgendwie so eine meme aber die die sind so animiert aber die kartons sie sind die sehen alle voll flüssig gezeichnet aus als wären irgendwie weil nicht es wird dann echt werden irgendwie echte leute irgendwie aber nur als so im gezeichneten stil also davon gibt es auch irgendwie voll viele sachen von star wars und so ich bin jetzt offiziell voll jetzt kann ich meine sachen ja nicht mitnehmen ja ich auch die dinge aber noch gemachte sachen verwegen das ist glaube ich neu 897 am gewählungsgeschwindigkeit trankbeuterate 20 prozent trankbeuterate effekte die euch mehr als knapp und sage ich glaube das hattest du mal effekte die euch mehr als 100 prozent leben heilen verladen euch eine barriere dann habe ich immer noch ausgerüstet dann ja ja praktisch ehrlich gesagt mal schauen was habe ich da habe ich den brustpanzer jetzt ich will die sachen hier aufheben warte mal ich habe ich habe anderen einzigartigen gegensteine aber der hat den gleichen effekt